Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jurassic World Evolution. Und in der letzten Folge, am Ende der letzten Folge, ist ja etwas das Chaos ausgebrochen. Und es geht natürlich munter weiter. Äh, kehrt zur Basis zurück. Ne, obwohl, ne, da nehmen wir lieber Ranger Team 1. Ne, hier auch nicht. Ranger Team 2 auch nicht. Die hier. Kraftwerk müssen wir hier neu starten. Äh, kein Dinosaurier mit Avipox-Virus. Okay, das sollten wir gleich schaffen. Ist halt nur scheiße, dass jetzt das Gehege hier ausgefallen ist. Moment, vor der hier wegfährt. Dem können wir gleich mal noch befehlen, hier den anderen zu heilen. Aber es ist gut, dass wir jetzt wissen, dass Danonychus und, äh, Metriacanthosaurus zusammen gehören. Oder, äh, jedenfalls zusammen in einem Gehege leben können. Das ist gut zu wissen. Okay, Tundra ist verfügbar. Herzlichen Dank. Okay, so schlimm das Ganze auch war. Es ist überstanden. Die Krankheit konnte eingedämmt werden. Es gibt im Park keine Anzeichen mehr dafür. Puh, das Feuer ist aus. Sagte die Frau mit dem Flammenwerfer. Oh, ho, 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 ho. Das war irgendwie eine dumme Mission. Aber wir haben ziemlich viele neue Dinosaurier, gell? Oh. Unsere Mission hier ist, den Park zu erneuern. Aufregender zu gestalten. Das gewisse Extra. Oder in unserem Fall, das gewisse Rextra. Komm, ist doch cool, oder? Äh. Okay, wahrscheinlich brauchen wir dann wirklich den T-Rex. Meiner Meinung nach schade zu viel Vertraulichkeit. Also probieren wir was Neues. Wir brauchen mehr Warmblüter, die durch Drehkreuze gehen. Und was immer wir dafür tun müssen, tun wir. Alles zum Guten verändern, stimmt's? So, gut, dass diese Einblendung hier nochmal kam. Ja, genau deswegen. Weil wenn die Besucher nicht im Park sind, bezahlen sie komischerweise auch keinen Eintritt mehr. Oder irgend sowas. Ähm. Gut, dass das nochmal kam. Jetzt hätte ich die Schutzräume nicht mehr aufgemacht jetzt. Was ist denn mit ihm los hier? Halt! Moment! Stopp, stopp, stopp! Hier läuft irgendwas frei rum. Ach, warum ist denn das jetzt? Scheiße! Ach, das darf doch echt nicht wahr sein. Wieso? In Herrgotts Namen, wieso? Vor allem durch den Betonzaun dann auch noch. Ach, das darf doch jetzt nicht wahr sein. Ach, da kommt der Heli. Der ist ja schnell unterwegs. Toter Dino. Wo denn? Ach, nein, jetzt sag mir nicht, die haben diesen einen Galimimus getötet. Ach, scheiße. Das darf doch nicht wahr sein. Hä? Lauf in den Schutzraum, los! Wo ist denn hier das Tor offen? So, wir machen jetzt was anderes. Wir machen jetzt hier einfach alles mit Beton hin. Das hier ist schon. Ähm, hallo? So. 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 Okay. Alter, kommen jetzt hier viele. Okay. Diplo brauchen wir nicht. Brauche ich aber auch nicht. Ach, jetzt laufen die Raptoren hier immer noch voll rum. Der eine ist schon hier oben. Ich glaube, wir müssen die mal updaten hier. Die sind zu, äh, zu schwach. Also. Machen wir mal Treffsicherheit-Update. Oder Upgrade, besser gesagt. Nachladetempo. Und dann das Ganze nochmal. Äh, ach, man kann auch noch mit... Man kann so viel Planung machen. Okay. Ähm, was war es jetzt? Nachladetempo. Oder wir gehen lieber noch auf Treffsicherheit. So. Jetzt wissen sie mehr über ihn. Also können sie nächstes Mal besser damit umgehen. Und übrigens. Willkommen im nächsten Mal. Ähm. Weniger als fünf Gästeanlagen? Äh, okay. Was hat das zu bedeuten? Geringe Sicherheit, ja. Katastrophale Gästeverletzung hier. So. Jetzt machen wir den Schutzraum immer schnell wieder auf. Beziehungsweise zu. Ähm. Und dann Transpoder. Bring den diesmal hier hinten hin. Ist wahrscheinlich auch keine schlaue Idee, jetzt den dort so früh schon wieder dorthin zu bringen. Aber... Also den, der hier vorne lag, weil der dann vielleicht ausrastet, wenn er alleine ist. Aber wir müssen es riskieren. So. Jetzt haben wir natürlich hier die Mission verloren. Ähm. Ich weiß noch nicht genau, warum. Bieten wir Ihnen eine Schau, wie Sie sie noch nie gesehen haben. Ja, machen wir. Kein Problem. Hallo, das ist unser Moment. Tun wir es. Äh, heh, heh. So, wir haben eine richtig geringe Besucherzahl zur Zeit. Und wir machen richtig miese. Also probieren wir was Neues. Shit. Wir brauchen mehr Warmblüter, die durch Drehkreuze gehen. Und was immer wir dafür tun müssen, tun wir. Okay, alles zum Guten verändern, stimmt's? Bestätigt. Brachio ist krank. Okay. Hier von euch will was. Komme mit diesem brandheißen Autorz. Fleischfresser wollen sie noch. Okay. Vielleicht machen wir dann einfach mal von den... von den Kleinen noch einen. Dann haben wir wenigstens... Oh, Indominus können wir machen. Okay. Aber ich nehme an, dass es jetzt erstmal auf den T-Rex rausläuft. Ist hier der Zaun irgendwie offen? Nö. Produkttransport beendet. Schade. Ist immer gescheitert ein bisschen. Jetzt ist die Frage, wie machen wir es weiter? Hier oben müssen wir ja dann das nächste Gehege bauen. Für den T-Rex wahrscheinlich. Ähm, ich guck mal. Vom Zaun her. Wie groß muss denn das Gehege? Ich würde es jetzt erstmal nicht allzu groß machen. Abgeschlossen. Oder bauen wir vielleicht doch erstmal die Einschienenbahn. Irgendwie. Moment. Ich guck mal gerade. Raptor. Ähm, wie sieht es aus? Wegen der Geborgenheit. Gut. Okay. Krank ist trotzdem immer noch einer. Aber das heilen sie gerade gut. Puh. So. Bekomm ich Kopfschmerz nachher. So. Also. Ich versuch's jetzt einfach mal in der Einschienenbahn. Äh, wenn wir hier die Kraftwerke weiterbauen, dann können wir die ja ruhig dorthin setzen. Nein, können wir nicht. Okay. Sie passt dort nicht. Details. Wir müssen hier... Irgendwie. Ein bisschen den Wilsch verschieben. Ich möchte den Auftrag an. Nee, ich möchte aber nicht. So. Ist jetzt gerade richtig scheiße. Moment, Moment, Moment. So. Dann machen wir kurz den Masten hier weg. Und ziehen dann den Weg. Neu. Oder anders. Wir machen's so. So. Stopp. Der kommt hier dran. Der kommt hier dran. Der dort oben ist schon. Jetzt brauchen wir nur noch Strom wieder. Ähm. Hier hin. Und. Da dran. So. Jetzt haben wir ja alle. Theoretisch könnten wir das ja eigentlich alles abreißen. Also den Weg zumindest. Lass uns nur mal schauen jetzt wegen... Wieso machen wir denn immer noch so viel Minus? Okay. So können wir nicht bauen. Können wir nicht gerade bauen? Lassen wir das erstmal. Gewinn pro Minute sind 200.000. Okay. Das ist noch in Ordnung. Was hapert jetzt hier? Achso. Kein Umspannwerk. Ist natürlich scheiße. Hm. Wie machen wir das? Stromausfall. Ranger. Los. Einverstanden. Ähm. M-M-M-M. So. Die soll schon... Hier. Hier rum. Also das... Könnte interessant werden. Jede Show braucht einen Star. Und unserer ist definitiv eine Diva. Dieser T-Rex, den ich vorhin erwähnte. Wie wäre es mit noch einem weiteren? So werden Stars geboren. Und sehen Sie zu, dass unsere Gäste einen Platz in der ersten Reihe bekommen. Äh. Okay. Aber ich muss sie wohl nicht warnen, wie gefährlich er sein kann. Es gab nie... Ein besseres Eiferraubtier. Sind wir uns da sicher? Ist es nie ein besserer denn gehabt? Ach, die Kurve ist schon wieder zu eng. Ich würde die ganz gerne da so... Sie haben den Auftrag mehr als nur erledigt. Ähm. Momentchen mal. Wo bauen wir denn jetzt hier überhaupt die Stationen? Oder andere Frage, wo bauen wir das Hotel hin? Wir brauchen wahrscheinlich ein Hotel. Also. Das muss ja hier irgendwo hin. So passt es ja sogar. Das ist gut. Dann kommt hier ein Weg hin. Und ein großes Umspannwerk brauchen wir noch für den Platz hier. Ähm. Ja, gut. Ja, gut. Machen wir. Am besten hier hin so. Oder? Oder mehr hier. Mehr hier eigentlich. Mal schauen. Jetzt brauchen wir eine Bahnstation. Eine zweite, zweite Bahnstation. Die würde sich wahrscheinlich am besten hier anbieten. außerhalb des Baubarenbereichs. Sehr gut. Hier stehen jetzt natürlich die Stromkabel. Ähm. Das heißt, das müssen wir nochmal alles abreißen. Ich mach das nur mal vorläufig hier lang kurz, damit wir im hinteren Parkbereich weiter den Strom haben. Ähm. Und den Weg mach ich auch kurz mal hier lang. Nur für die Bahnstation jetzt. Weil es muss ja immer alles verbunden sein. So. Was ist jetzt hier? Benötigt Strom? Äh. Wieso ist denn der ausgefallene Strom? Wegen dem Hotel, oder was? Das darf doch nicht wahr sein jetzt. Ähm, 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 ähm. Verbesserte Leistung. Und noch eine verbesserte Leistung. reinhauen. Zack. So. Jetzt haben wir noch 70 ungenutzten Strom. Und hier muss die Station hin. So. Und jetzt ist die Frage, wollen wir das hier rumführen? Hier drüber und dann so zurück? Oder das hier rüber und so? Ich glaube, ich bin fast für das rüber und hier so. Weil das wäre halt... Ähm, naja, ne. Ne, ne. Wir machen das mal ganz einfach. So. Ach so. Stimmt. Den Weg brauchen wir ja dann gar nicht mehr, ne? Äh, wenn wir den hier rausziehen. Den einfach so machen, können wir uns den Weg ja hier komplett sparen. Oh, scheiße. Das wollte ich gar nicht. Hallo. Zack. So. Der Weg kommt weg. Der Weg kommt weg. Der auch. Der auch. Der auch. So. Perfekt. Aber wir haben noch kein Umspannwerk. Das heißt, das müssen wir hier noch hinsetzen. Geht nicht. Zurück. Der Mast muss weg. Und. Das muss hier rüber. Und der dann. Hier oben dran. Hallo. So. Jetzt haben die hier unten aber alle immer noch keinen Strom. Warum nicht? Benötigt Strom. Okay. Strom haben wir nicht. Wir haben. fehlst du irgendwie. Habe ich hier was von zu viel weggerissen? Ich übernehme wieder Steuer. Oh. Hehe. Also das ist doch alles verbunden hier, oder nicht? Umspannwerk Stromverbrauch 0, Stromverbindungen 7. Hier, das verstehe ich gerade echt nicht. Hier ist verbunden. Das ist verbunden. Das war nicht verbunden. Das heißt, sie hatten hier hinten auch alle keinen Strom, würde ich sagen. Scheiße. Fährt der Monorail denn jetzt schon? Jawohl. Okay. Das heißt, können wir hier irgendwie ein kleines... Tatsächlich. Hier können wir noch ein kleines Gehege hin machen. Super. Wir müssen nur sehen, dass wir den Strom dann möglichst irgendwie nicht so quer durchs Gelände machen. So, in einem hemmenden Entwicklungslabor ausfrüten und frei lassen. Tyrannosaurus Rex, Bewertung 300. Okay. Das kriegen wir hin. Aus Platzgründen nehmen wir das hier unten wieder. Tyrannosaurus Rex. 300 sollen wir schaffen. Steppenmuster, Tundramuster, Alpinmuster. Ich würde das Muster gerne mal so lassen. 47, 58, 78. 302, 305. Okay, 305 ist das Höchste. Dann 30, 20, 29, 33 und 30, 49. 74, 63, 73. Ah, ich merke schon, wir nähern uns. Äh, so viel Geld haben wir gar nicht, ne? Okay, damit hört das hier schon mal auf. Perfekte T-Rex wird's nicht. Aber wir kaufen ihn uns einfach mal. So. Ist jetzt natürlich dumm. Weil wir das Gehege ja noch bauen müssen. Das habe ich nicht bedacht gerade. Sehen Sie das nicht als Arbeit, sondern als zusätzlichen Verdienst. Und Erfahrung. Grabungstempo Upgrade auf ein Expeditionszentrum anwenden. Wir erledigen das Unwahrscheinliche und Sie das Unmögliche. Danke. Die können ja dann gleich nochmal los. Wohin auch immer. Nudo. So, 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 so. Den Nudo wollen wir ja noch hier modifizieren mit Stärke des Herzens. Können wir den denn eigentlich überhaupt schon ausbrüten? Ich glaube, wir haben noch unter 50%, oder? Nudo. Ne, haben wir schon. Stärke des Herzens. Wo bist du? Hier, Zähigkeit der Haut, starke Heulung, Gehirnhalterung. Okay, das geht nicht. Das geht noch nicht. Aber hier ist mal wieder irgendwas alle. Na gut. Na gut. Dann schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ähm, so. 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 Das reicht von der Größe her, glaube ich, auch, oder? Na, wo sind wir denn jetzt hier? So. Das müsste doch locker reichen für den T-Rex. Ist das hier zu alles? Ja. So. Und wenn wir jetzt dort zwei Aussichtstürme hinsetzen. Ja, vielleicht reicht ja auch einer. Schon wieder ein Stromausfall. Das darf doch nicht wahr sein. Ich habe mich eins davon, dass hier immer so oft ausfällt. Was haben wir denn gefunden? Brachiosaurus brauchen wir nicht. Den haben wir schon. Ceratosaurus können wir mal vervollständigen. Das ist gut. Das ist noch besser. Grazias. So. Mal die beiden da noch. Ähm, 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 Landschaftsgestaltung. Wir brauchen ein Stückchen Wasser. So. Und jetzt. Beobachtungsturm. Oder Plattform. Wenn man es auch immer nennen will. Wollen wir da zwei gleich machen? Und in der Mitte geht dann so die Bahn drüber. Wobei das sicherlich blöde aussieht. Moment. Ich glaube, ich habe es scheiße gebaut. Wir hätten hier so vorne die Galerie machen können und dann so schräg den Turm drauf. Nochmal abreißen. Also. Gehege-Konstruktion hier. Vorne die Galerie rein. So, und von der Seite kann man dann schräg mit dem Turm gucken. So, hier. Und wehe, das ist nicht groß genug für den blöden T-Rex. Können sie das Gehege selber bauen? Ähm, das ist wieder nicht am Wegnetz dran. Okay. Sabotage im Gange. Äh, okay. Niemand wird diese Show aufhalten. Was ist denn hier los? Aufgabe hinzufügen. Hallo? Aufgabe erhalten. Kein Problem. So, die anderen Ranger machen dann mal bei dem hier und dem hier. Und der dritte Ranger macht das hier. Bestätige Aufgabe. So. Jetzt müssen wir hier noch irgendwie einen Weg dran bauen. Ähm. Schön an der Seite hier so. Moment, vielleicht können wir den so ziehen. Ja. So. Super. Und. Halt. Der kommt hier so runter. So. Nur fürs Erste jetzt mal. Es sieht halt alles noch nicht perfekt aus, aber... Es ist eher so Trial and Error. Ähm. Dinosaurier kann freigelassen werden. Okay. Der T-Rex kommt. Okay. Okay, das sieht blöde aus. Ähm. Moment. Das müssen wir ja noch irgendwie anders machen. Ähm. Hier war das, ne? So. Wieso kann ich eigentlich nicht... Äh. Direkt dort hier irgendwie dran drücken oder so? Dass ich... Äh. Huch. Hm. Ja, das geht wieder nicht so. Ach, scheiße. Das darf doch nicht wahr sein. Ähm. Also, das ist alles nochmal weg. Jetzt umständlich hier... Schienen bearbeiten. Ach, man kann auch einfach so gerade machen. Okay. Das wäre gut gewesen, das vorher schon mal zu wissen. Äh. 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 So. 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 Wieso sind das jetzt alles außerhalb des baubaren Bereichs? Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. So. Wo machen wir denn jetzt hier die blöde Einschienenbahnstation hin? Ähm. Ich hätte eine Idee, aber dazu müssen wir das hier bekreisen. Und zwar komplett. Und zwar komplett. Geht gar nicht. So müssen wir es machen. Und dann kommt das weg, das weg, das weg, das weg, das weg. Äh. Okay. Ich glaube, ich habe gerade einen Strommast zu viel abgerissen. Oder war das das Umspannwerk? Nö. Das war einfach nur ein Strommast. Okay. Ähm. Was ist das? Das ist ja alles leer. Scheiße. So. Und jetzt bauen wir... Den Turm machen wir hier auch weg. Und... Den Weg machen wir mal gerade kurz. Sonst stört mich das zu sehr. So. Und jetzt kommen wir hier zur Station. Besuchergebäude. So. Schön an den Rand. Warum pfeift denn jetzt der Computer so? Die Idee ist es, es ja einmal so rumzuführen. So hier. Ja. Funktioniert ja hervorragend nicht. Äh. Der kommt weg kurz. Und wo ist denn jetzt die Einscheinbahnstation hier? Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Ich könnte... Wo ist das denn? Nein, könnte ich nicht. Aber es ist schon ärgerlich. Vor allem weil unverständlich. So geht's. Prima. Jetzt fahren wir hier einmal im Kreis drumherum. Okay. So. Perfekt. Den blöden Weg können wir dann hier weg machen. Die Leute müssen alle mit der Bahn fahren. Na gut. Wollen wir noch den T-Rex rauslassen? Ich glaube schon, oder? Lassen wir den auch raus. Gucken wir mal. Da ist er. Da haben sie Erfolg, wo andere vor ihnen gescheitert sind. Aber die Dinos lernen auch dazu. Ihr Überleben hängt davon ab. Darum sollten sie so denken wie sie. Nice. Ähm. Wir müssen den Fallen erstmal betäuben. Ach du Scheiße. Der macht den Tod. Der macht den Tod. Das Wichtigste ist die Show für unsere Gäste. Wegen ihr kommen sie zu uns. T-Rex, hau nach. Unser Star brüllt. Ach du Scheiße. Der Rekum brüllt mit. Denken sie nur an die Möglichkeiten. Oh oh. Oh shit. Ist ein Ranger-Team hier in der Nähe? Ähm. Heilen. Los, 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 los. Bevor es zu spät ist. Wird der T-Rex betäubt? Ranger, wo seid ihr? Okay. Okay, okay, okay. Jetzt brauchen wir den Transport-Heli, um den T-Rex hier hochzufahren. Nee, oh Gott, das wäre ja das Pflanzenfressergehegel. Das wäre ja sowas von falsch gewesen. Zum Einsammeln des Produkts unter Wilds. So. Bitte nicht den T-Rex töten. Puh, okay, liebe Freunde. Wie es in der nächsten Folge weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge, es macht keinen Sinn, wie es mit dem T-Rex weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Da wird er abgeholt, unser Rexy. Kriegen wir denn noch in die Kamera hier? Ja, so halbwegs. Mehr schlechter als recht, aber trotzdem. Naja. Transport im Gange. Bis zum nächsten Mal, dann. Tschüss.